Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und wie ihr seht bin ich hier in meiner Raumkapsel in der Pico 4 und ich möchte euch heute hier ein bisschen das Menü zeigen, was gibt es hier alles, möchte euch das Handtracking zeigen, möchte euch die Passthrough an sich zeigen, also alles was es so zu erleben gibt mit der Brille und das mal mit euch teilen und einfach mal die Sachen durchgehen und ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. So, als allererstes möchte ich euch mal zeigen, wie man beginnt und es ist ganz einfach, wir haben jetzt hier unseren Spielbereich, den wir uns einrichten können, hier unsere Passthrough-Durchsicht, ich bin jetzt hier in meinem Wohnzimmer und ja, ich würde mir jetzt hier so einen kleinen Bereich erstmal abstecken, hier spiele ich normalerweise nicht, aber jetzt machen wir es einfach mal, benutzerdefiniert, jetzt passen wir uns die Höhe an, so, die Höhe ist jetzt kalibriert und jetzt können wir uns einfach hier ein Spielbereich abstecken, es ist natürlich sehr klein, man sollte natürlich einen größeren haben, aber dafür müsste ich jetzt hier alles umräumen, das ist jetzt blöd, das machen wir jetzt nicht und ja, man kann den natürlich auch noch erweitern, wie man möchte, wird hier noch gezeigt, so, ne, und dann gehen wir noch nach diese Richtung, so, und ja, dann gehen wir einfach weiter, Spiel starten, so, dann sind wir jetzt hier in unserem Home-Menü und ja, schauen wir uns mal ganz kurz um, ich habe die Brille jetzt so eingerichtet, dass wir über Doppelklick auf der Brille die Passthrough-Ansicht wieder aktivieren können, das versuche ich jetzt mal, so, und hier haben wir wieder unsere Passthrough-Ansicht, bin ich hier wieder in unserem Wohnzimmer und wenn ich jetzt einmal weitergehe, wieder zurück, nochmal Doppelklick auf die Brille, muss man schon ein bisschen heftiger gegenklopfen, sage ich einfach mal, aber ja, passt soweit und wir sind jetzt wieder hier im Home-Menü und jetzt möchte ich mit euch mal gerne die, ja, die ganzen Sachen durchgehen, die wir hier so sehen können, einmal haben wir hier zum Beispiel unser Benutzermenü, sage ich einfach mal, Benutzer-Info, jetzt haben wir hier die E-Mail-Adresse, die angemeldet ist, ich habe jetzt aktuell noch dieses Pico-Konto, damit ich hier Zugriff auf den Shop habe, damit ich euch auch die ganzen Sachen zeigen kann, und wir haben hier so einen Benachrichtigungsagenten, sage ich mal, wenn wir irgendwelche Benachrichtigungen haben, werden die hier angezeigt, hier haben wir unseren Fitnessbereich, hier werden uns die Sachen angezeigt, ja, wenn wir irgendwelche Sportspiele oder sonstige Spiele gemacht haben, wie viele Kalorien wir verbrannt haben, errechnet der natürlich anhand der Bewegungen und so weiter und so fort, ist natürlich ganz cool, hier kann man sich auch Trainingspläne virtuell einrichten, sage ich einfach mal, mit den ganzen Spielen, die es hier gibt, Many Boxing, All-in-One Sports und so weiter und so fort, O-Shape natürlich auch ein intensives Fitness-Game und das kann man hier natürlich auch machen, dann haben wir einmal hier Erkunden und Erkunden ist natürlich, ja, Erkunden haben wir hier die, ja, die Spiele, die hier so im Store sind, die auch eventuell auf uns angepasst sind, welche Empfehlungen wir haben und so weiter und so fort und das ist nicht der normale Shop, hier werden einfach nur so Sachen angezeigt, die eventuell für uns in Frage kommen könnten. Wenn wir jetzt unter Laden gehen, da haben wir wirklich unseren Laden und hier sind die ganzen Spiele, die wir dann auch kaufen können und hier sind zum Beispiel Neuerscheinungen, hier haben wir demnächst, also hier Saints & Sinners wird ja noch erscheinen auf der Pico 4, dann haben wir Nox und Bow & Arrow Soccer, kenne ich so noch gar nicht, Battle Sister kenne ich, aber habe ich noch nie gespielt und so weiter und so fort, also hier haben wir den kompletten Store und können hier natürlich auch nochmal auf Empfohlen gehen, das ist jetzt auch eine Top-Liste, hier haben wir Empfohlen, da wird uns dann auch nochmal gezeigt, ja, was so interessant ist für uns, was aktuell so, ja, in ist, sage ich einfach mal und dann haben wir den Button Alle durchsuchen, hier kann man natürlich auch nochmal nach Typen suchen, was wir an Genres suchen, dann natürlich an Preise nochmal gekoppelt, Bewertungen und so weiter und so fort, aber hier haben wir Filtermöglichkeiten und der Store ist echt nicht klein, muss ich einfach sagen, also es gibt genug und es ist auch für alle was da, natürlich wartet man jetzt noch auf diese Top-Games, die Triple-A-Games für Pico exklusiv, die gibt es natürlich noch nicht, aber ich denke mal, da wird Pico natürlich auch noch was machen, Against zum Beispiel ist auch ein sehr cooles, ja, Musik-Rhythmus-Game, wo wir auch Schwerter schwingen müssen und das gibt es nicht auf der Quest, das gibt es nur im Pico-Store und auf PC VR, dann auch schon, kann man so sagen, ein bisschen exklusiv und ja, hier haben wir einfach einen Dateimanager von den ganzen Aufnahmen, die ich so gemacht habe, Bilder, APKs und so weiter und so fort. Hier haben wir einfach unsere Bibliothek, hier können wir zum Dateimanager, zu den Einstellungen auch, hier kann man sich natürlich alles anzeigen lassen, dann nur die Apps, dann haben wir auch schon mal hier Unterhaltung, was die Spiele angeht, die nicht installierten Sachen, unbekannt, und hier habe ich zum Beispiel die Virtual Desktop App, die ist natürlich unbekannt, weil die noch nicht im Store ist, die wird jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich erst erscheinen und ja, gucken wir uns mal die Einstellungen an, was wir hier haben, also hier haben wir WLAN, das ist natürlich auch ganz normal, ja, ganz normal, dann haben wir hier linker Controller, rechter Controller, ob die verbunden sind, dann können wir uns hier noch so Infos anzeigen über den Controller und dann, ob wir rechts- oder linkshänder sind, und das kann man hier machen, hier haben wir unsere Bluetooth-Geräte, die dann erkannt werden, falls wir auch Bluetooth-Kopfhörer haben oder sonstige Dinge, vielleicht auch eine Bi-Haptics-Weste, ich habe jetzt leider keine, würde ich gerne ausprobieren, ob die dann auch hier mit funktioniert, müsste man noch herausfinden, und ja, hier haben wir einfach die Einstellungen der Helligkeit, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Aufnahme dann auch sichtbar ist, also hier können wir auf jeden Fall die Helligkeit einrichten, Augenschutz, dann haben wir so einen Blaufilter, dann wird das Bild leicht gelblich und filtert alles blau raus, was nicht so gut fürs Auge sein sollte, ist ein Modus, den man vielleicht abends nutzen sollte, bevor man ins Bett geht und dann nochmal ein bisschen zocken will, ist der, glaube ich, gar nicht so verkehrt, und hier haben wir die IPD-Anpassung, und das war für viele Leute sehr, sehr wichtig, weil hier haben wir normalerweise eine Möglichkeit von 62 mm auf 72 mm zu wechseln, aber es gibt eine Möglichkeit, dafür muss ich wahrscheinlich auch gleich mal kurz meine Nase ein bisschen wegpacken, wir können auch unter die 62, wenn ich jetzt nochmal auf Minus gehe, dann kommt hier eine Meldung, die Ränder der Linsen können beim Näherkommen schmerzhaft gegen Ihre Nase drücken, was zu Unbehagen führen kann, bitte gehen Sie mit Vorsicht vor, nachdem Sie dieses Kästchen angekreuzt haben, um anzuzeigen, dass Sie dieses Risikos bewusst sind, und dann gibt es hier diesen Haken, und dann kann ich auch unter diese 62 gehen, und ich habe jetzt meine Nase mal ein bisschen weggepackt, und ja, wie ihr seht, 58,5 ist das Minimum, das will der Motor sonst nicht, also ich habe auch meine Nase jetzt nicht im Weg, also es geht dann auch nicht, und weniger geht dann auch nicht, aber 58,5 ist schon eine gute Größe oder kleine Größe, sage ich einfach mal, und ja, ich habe meine 62, 62,5, irgendwie sowas, und da fühle ich mich dann auch ganz wohl, aber für Leute, die halt wirklich unter 62 sind, ist es wichtig, dass man das auch einstellen kann, und das kann man hier, ich komme aber nicht unter 62, weil mein dicker Zinken dann stört, das muss man auch nochmal dazu sagen. So, dann haben wir hier auch nochmal, ja, Lab heißt es hier, hier haben wir die Energieverwaltung, hier können wir nochmal einen Sparmodus schalten, oder Standard, dann gibt es hier so einen Zurücklehnenmodus, dann ist die Bewegungsverfolgung deaktiviert, wenn man irgendwie, ja, irgendwas gucken will, oder sonst was. 90 Hertz Aktualisierungsmodus, ansonsten, wenn man den nicht aktiv ist, haben wir hier nur 72 Hertz, ansonsten 90 Hertz. Ich weiß nicht, ob das Display eventuell mehr kann, und ob es in neuen Firmware-Versionen auf 120 aktualisiert wird, wie bei der Quest 2, das weiß ich nicht. Und hier ist der Button, den ich meinen Schnelldurchsichtmodus zweimal tippen, das mache ich jetzt nochmal. So, und hier sind wir wieder in meinem Wohnzimmer und wieder zurück. Funktioniert auch ganz gut. Finde ich eigentlich ganz hilfreich, diesen Modus. So, dann gehen wir eine Etage runter unter Allgemein, und ja, hier gibt es die Systemversion, die können wir uns dann halt anzeigen lassen und nochmal ein Update anschauen. Das ist die 5.1.0, die kam zum Release direkt, als ich das Gerät bekommen habe, musste ich updaten, und es soll aber jetzt bald auch nochmal eine andere kommen. Ja, hier mal Apps verwalten, ne. Kann man halt sich Apps angucken, löschen und so weiter und so fort. Berechtigungen verwalten. Ja, Controller-Vibrationen finde ich auch ganz gut. Ich habe es auf Stark gemacht, weil der Motor ist unter Stark schon ganz gut und hat ein schönes Feedback. Also ich mag sowas, von daher habe ich den auf Stark gestellt. Geht natürlich auf die Batterieleistung von den Controllern, aber gut, da kann man jetzt mit leben. Dann haben wir die virtuelle Umgebung. Da haben wir aktuell drei Maps zur Verfügung. Da werden mit Sicherheit auch noch mehr kommen. Also wir benutzen jetzt die Raumkapsel, dann gibt es noch den Cyber-Raum. Können wir uns mal ganz kurz umschauen hier. Sieht eigentlich auch ganz, ganz nett aus. Können uns ja auch hier hin teleportieren, um mal rauszuschauen. So, dann können wir ins Berghaus flüchten. Ach, guckt mal. Das ist natürlich hier die Umgebung dann nicht mehr so hoch aufgelöst. Aber ansonsten hier von dem Raum selber. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, muss ich sagen. Mir sind die Raumumgebungen jetzt nicht so wichtig. Man konnte auch bei der Quest damals ja alles umstellen und Sachen hinzubauen. Ist vielleicht für manche Leute interessant. Für mich ist eher weniger. So, dann gehen wir hier nochmal zurück. Dann haben wir hier Shortcuts. Dann kann man hier halt Shortcuts hinzufügen, wie man möchte. Die man dann unter den Schnelleinstellungen sieht. Das machen wir dann gleich mal. Und ja, hier haben wir den Entwicklermodus. Und den muss man sich auch freischalten, indem man achtmal auf die Links-Version drückte. Ich glaube, hier war es dann drauf. Oder? Ne, ganz genau. Über. Ich glaube, Software-Version. Hier achtmal draufklicken und dann hat man diesen Entwicklermodus freigeschaltet. Und ja, da kann man dann gleich auch was sehen. Zeige ich euch gleich noch. Okay, wir sind hier noch. Zeige ich euch gleich aber den Entwicklermodus. So, dann haben wir die Sprache. Wir haben Datum, Uhrzeit. Das ist ganz klar. Screencast und Aufzeichnung. Also hier können wir jetzt unsere Sachen auswählen, die wir aufnehmen. Vom rechten Auge oder vom linken Auge. Dann haben wir hier Weitwinkel- oder Standard-Headset-Ansicht. Ich habe jetzt erstmal die Weitwinkel-Version genommen. Ja, ob gefragt werden soll oder nicht, wenn externes Screencast reinkommt oder rausgeht. Ich habe jetzt hier die höchste Auflösung ausgewählt, weil ich das schönste Bild haben möchte. Dann kann man hier das Mikrofon ein- oder ausschalten während der Aufnahme, wenn man möchte. Ein-Augen-Ansicht für Aufnahme und Screenshot habe ich aktiviert. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ja, Bewegung verfolgen, also dass wir uns wirklich im Raum bewegen können. Das Headset getrackt wird und alles getrackt wird. Ansonsten, wenn man das ausschaltet, fühle ich mich nicht mehr wohl, weil alles nur noch starr ist und sich nichts mehr bewegt. Ja, hier kann man nochmal das Bodenniveau einstellen, wenn es irgendwie Probleme gibt. Hier haben wir nochmal einen Kontakt zu Pico. Ja, auf Werkseinstellung zurück. Pico-Analysedaten weitergeben oder nicht. Da ich das Gerät hier teste und bei Problemen gerne Pico helfe, mache ich das. Ihr könnt es natürlich ausschalten, wenn ihr das nicht möchtet. So, ja, hier haben wir über das Headset nochmal die ganzen Daten. Pico 4 ist ein Snapdragon XR2, erste Generation, zweite gibt es noch nicht. Wir haben einen 8 GB Arbeitsspeicher. Wir haben hier eine Auflösung von 4320 mal 2160. Dann die 4320 durch 2, dann haben wir pro Auge. Dann sind es 2160 mal 2160. Dann haben wir Pico Business aktivieren. Für Business Nutzer habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, kann ich euch noch gar nichts zu sagen. Vielleicht kommt das noch. Ja, und hier sind wir bei Software-Version. Und wenn wir hier 8 mal draufklicken, kommen wir in den Entwickler-Modus. Den schalten wir uns dadurch dann auch frei. Dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, über USB-Anschluss zu sagen, dieses Gerät laden oder Dateiübertragung. Und wir haben nochmal ein USB-Debugging. Das ist, glaube ich, wenn man wirklich über Konsole auf das Gerät zugreift und da Sachen mitloggen möchte und so weiter und so fort. Und hier kommen wir zu der Handverfolgung. Und ja, die habe ich aktiviert. Und ich werde jetzt mal ganz kurz die Controller weglegen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich im Raum bin. So, ah, ihr habt auch die Lili gesehen. Das ist meine Katze. Stell dich mal vor. Ja, die Lili ist eine ganz gemütliche. So, und jetzt habe ich hier die Handverfolgung aktiviert. Und ganz zu Anfang muss ich sagen, es ist noch nicht so gut wie bei der Quest. Das ist ganz klar. Die sind da noch am Anfang, sind da noch im Entwickler-Modus. Aber wenn ich mal gucke, ich mache jetzt hier einfach mal, es geht eigentlich ganz gut, wird ganz gut erkannt. Wenn ich jetzt aber schnelle Bewegungen mache, die werden auch noch erkannt. Aber wenn ich dann zur Seite gehe, das gibt aber auch Probleme bei der Quest. Also wenn ich so zur Seite irgendwie schlagen sollte oder so, das gibt Probleme. Aber ansonsten, ich kann mal im Menü ein bisschen rumsurfen in der Bibliothek. So, scroll hoch. Runter oder gehe auch mal hier auf nicht installiert, auf Unterhaltung. Oder ich sage jetzt mal ganz, ich möchte jetzt hier mal ins Benutzercenter. Also es klappt eigentlich ganz gut. Kann die Hände auch zusammen machen. Dann gibt es natürlich Überschneidungen. Das können die Geräte nicht. Das kann ja aber die Quest auch nicht. Also die sind dabei. Das ist ganz gut. Und ich bin aktuell sowieso noch kein Freund davon. Weil ich finde in Spielen das noch nicht so wirklich toll, wenn ich da mit meinen eigenen Händen irgendwas mache. Und fühlt sich für mich einfach noch nicht echt an. Und ich habe lieber die Controller-Methode. Aber, wie gesagt, man kann ja wirklich alles bedienen, was man möchte. Und ja, jetzt schnappe ich mir aber trotzdem nochmal meine Controller. So, da sehen wir wieder die Lilly. Hier ist auch irgendwo der Ben. Der macht ein bisschen Stress. So, das kriege ich nochmal zurück. So, dann haben wir hier die Schnelleinstellungen. Da haben wir einmal WLAN, den Spielbereich, den wir nochmal einstellen können. Screencast. Screencast kam auch die Frage auf, was es kann. Also normalerweise habe ich mit der Quest 2 auf Chromecast. Das ist ein kleiner USB-Stick, sage ich einfach mal. Oder ein USB-Gerät, was am WLAN angeschlossen ist oder über WLAN verbunden. Und da kann ich dann halt auch das Bild zur Chromecast schicken. Das geht aktuell hier noch nicht. Ich weiß noch nicht, warum. Ob es mein Fehler ist oder Pico das noch nicht unterstützt, weiß ich nicht. Aber wir haben hier die Möglichkeit, an Smart-TV zu übertragen, an Browser zu übertragen und an Mobilgeräte zu übertragen. An Smart-TV funktioniert das überhaupt kein Problem. Habe ich gemacht. Funktioniert wunderbar. Browser funktioniert auch. Mobilgerät habe ich das nicht probiert. Aber ich erkenne nirgendwo den Chromecast. Und sobald ich aber in meinem Netzwerk mit der Quest bin, erkenne ich meinen Chromecast. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Muss ich noch herausfinden, ob es jetzt wirklich Pico-seitig ist oder ob es mein Problem ist. So, dann gehen wir hier nochmal in die Schnellanstellung zurück. Ja, hier haben wir natürlich Bildschirmaufzeichnung. Das kann ich aber auch über den Button machen. Der ist quasi hier der Button. Wenn ich da lange draufhalte, nimmt der auf, kurz aufdrücken, dann macht er ein Screenshot. Also das geht echt super. Finde ich sehr genial für Leute, die gerne mal aufnehmen und so weiter. Oder mal ganz kurz ein Bild machen wollen. Ein Screenshot-Bild ist eigentlich dafür ganz gut. Ja, jetzt haben wir hier auch diese Shortcuts, die man bearbeiten konnte. Und wenn ich jetzt hier einfach mal sage, ich möchte den Ein-Aus-Button auch nochmal da drin haben. Gehen wir nochmal rein. Und schon haben wir den Ein-Aus-Button auch da drin. IPD-Einstellung möchte ich jetzt anpassen. So, zack. 62.5. Irgendwie sowas. 62.5. Da bin ich eigentlich irgendwo angesiedelt. Ja, passt eigentlich ganz gut. Das war so im Schnelldurchlauf mal die ganze Software sich angeschaut. Wir haben auch einen Pico Video Player, sag ich einfach mal. Und den schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Ja, wir haben halt eine kleine Bibliothek. Sollen wir mal das machen? Nacht, Nacht. Mal kurz reinschauen. Oh, hier war ein VR-Film, ne? Smile. Smile. Machen wir nochmal was anderes. Was ist das denn hier? Kowloon-Wald. Ja, komm. Da habe ich auch schon mal reingeschaut. Und die Qualität fand ich echt sehr bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen. Also das ist gestochen scharf. Und man sieht echt jedes Detail. Also wir sind jetzt ein bisschen größer als die Cremes hier, ne? Und ich weiß nicht, was hier alles liegt. Aber das ist schon Wahnsinn. Okay, man will eigentlich nicht sehen, wie die so essen. Und ich finde, die Player reagieren ziemlich schnell. Ist alles so, wie es sein sollte. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben VR-Videos, wir können auf TikTok zugreifen und so weiter. Dann so beendet man halt die Software wieder. Ja, dann haben wir den Streaming-Assistent. Den habe ich leider auch noch nicht zum Laufen bekommen, weil es noch keine Pico 4-Version gibt. Da hat man mir gesagt, man arbeitet aber daran. Und dann kann man halt auch zum PC streamen. Über Kabel oder aber über WLAN. Das kann man sich dann aussuchen in der Software. Und der würde jetzt hier die Geräte suchen, den PC und so weiter. Und ja, gibt es eigentlich sonst noch was? Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Hier haben wir die ganzen Spiele. YouTube, Prime Video kann man hier auch. Disney Plus und so weiter und so fort. Also Twitch. Das sind so die Apps, die jetzt hier schon vorinstalliert sind. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich auf ein Like freuen. Abo-Button natürlich nicht vergessen. Wäre cool, wenn er mich dahingehend unterstützt. Kostet nichts und tut auch nicht weh, würde der Chris Reality so sagen. Und ja, wenn es jetzt eine neue Firmware-Version gibt und ich kriege einen Change-Log oder finde so raus, was an Neuigkeiten da zu sehen sind, dann würde ich das natürlich machen. Das ist jetzt Pico OS 5.10. Und ja, mal schauen, was wir in der nächsten Version alles so haben. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ich winke jetzt mal so. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020